Ja, guten Abend. Ihr wollt mir bloß geschehen zum Wochenende kürz bei euch melde und euch schönes Wochenende wünschen. Für mich sieht's Wochenende so aus, dass ich dann jetzt ruft jemand an. Hi Berge. Ja, ich musste dieses Telefongespräch einfach kurz annehmen. Es war der Berge. Das ist nämlich ein Kumpel aus Kirkenes, der jetzt gerade mit seiner Freundin in Oslo ist, der ist heute angekommen und dann habe ich ihn vom Bahnhof abgeholt und ja, die sind jetzt ins Hotel und er wollte einfach kurz wissen, was denn heute Abend so geht. Wie gesagt, ich werde jetzt heute Abend dann noch in den Studentenverbund. Da ist nämlich Einzugsfest, wenn man das so sagen kann, einfach direkt übersetzt Einzugsfest. Wird bestimmt sehr nice. Morgen möchte ich dann ein bisschen, also morgen früh möchte ich dann ein bisschen an meiner Aufgabe weiterarbeiten und dann mal sehen, was der Tag so bringt. Ich habe bloß gedacht, ich wünsche euch von hier aus kurz ein schönes Wochenende. Also, das soll es auch schon wieder gewesen sein und wir hören uns. Lasst ruhig was von euch hören, also auf dem Blog dann oder per E-Mail, wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann!